Ja, schönen guten Abend. Ich möchte Ihnen heute die veränderlichen Sterne ein wenig näher bringen und wie man sie halt auch beobachten kann. Also mein Vortrag gliedert sich in zwei Teile. Ein bisschen etwas, was sind denn veränderliche Sterne und dann auch etwas, was kann man so als Amateurastronom oder als Sterngucker denn da beobachten? Was sieht man denn da bei den veränderlichen Sternen? Mein Name ist Wolfgang Vollmann. Ich arbeite unter anderem bei der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für veränderliche Sterne, der PAV mit. Ja, und seit vielen, vielen Jahren interessieren mich diese veränderlichen. Und ja, deshalb möchte ich heute einmal einen kurzen Vortrag darüber halten. Ja, wie hat das Ganze denn eigentlich angefangen? Im Altertum hat man sich den Himmel als unveränderlich vorgestellt. Also da gab es die Sphäre der Fixsterne, wo sich also nichts getan hat. Die Sterne, die sind irgendwie festgeklebt gewesen. Ja, und natürlich ist es dann besonders merkwürdig, wenn da ein Stern auf einmal sichtbar ist, der vorher nicht dort sichtbar war. Und das ist also dem berühmten Astronomen Hipparchus so gegangen. Der hat also sogar den ersten systematischen Sternkatalog erstellt, weil er halt einmal so einen neuen Stern, also einen Stern, den er vorher noch nie gesehen hatte, bemerkt hat. Und natürlich ohne einen genauen Katalog und einer Karte lässt sich das Ganze nicht wirklich nachvollziehen. Das ist natürlich ein bisschen ein Widerspruch dazu, wie man im Altertum gedacht hat, also die Ansicht des Aristoteles, dass also diese Fixsternsphäre ganz unveränderlich ist. Und alles, was so veränderlich ist, muss also zur Sphäre der Erde gehören. Ja, so war es in Griechenland. In China und auch in Korea sind also schon allerdings in langer Zeit so verschiedene solcher Beobachtungen überliefert worden. Das könnten natürlich auch Kometen gewesen sein, also wenn sie sich bewegt haben unter den Sternen. Aber sie haben also eben auch ein paar solcher neuen Sterne, Nove, Nova Stella, auch sehen können. Und die sind also auch aufgezeichnet worden. Ja, also lange ist das halt so in diesem Stand geblieben. Und erst in der Neuzeit gab es also da auch mit dem neuen heliozentrischen System eine Besonderheit. Es wurde ein besonders heller Stern im November 1572 entdeckt. Benannt wurde der also nach dem Astronomen Tycho Brahe, der aus Dänemark ist. Und dieser Stern wurde natürlich von vielen Leuten beobachtet. Hier wird das Himmelsweh, hier natürlich jetzt als Himmels M zu sehen, links oben auf dem Bild. Und darunter ein besonders heller Stern, der halt extrem leuchtkräftig war. Im Maximum ist der so hell geworden wie die Venus. Also das ist schon sehr, sehr auffällig. Er war dann eine ganze Weile, also über ein halbes Jahr lang, ihm weiter noch auffällig zu sehen. Also so wie die fünf Sterne des Himmels W, der Cassiopeia. Und dann ist also diese Nova immer schwächer geworden und war also doch über ein Jahr mit freiem Auge zu sehen. Und da sieht man auch schon, wie man also solche Helligkeiten von Sternen bestimmen kann. Und wie das damals auch passiert ist, man vergleicht sie mit Objekten, von denen man die Helligkeit weiß. Also zum Beispiel etwas heller als Jupiter oder so hell wie Venus oder so hell wie ein bestimmter anderer Stern. Und wenn man halt auf diese Art gute Regeln bzw. gute Eichsterne, Vergleichssterne hat, kann man da ganz gut auch die Helligkeit jeweils angeben. Es gibt dann noch eine zweite, so berühmte Nova oder heute wissen wir, es war eine Supernova vom Jahr 1604 von Johannes Kepler genau beschrieben, die so besonders interessant war, weil da halt auch eine Konjunktion von Jupiter und Saturn und dem Mars in der Nähe war. Also am Beginn der Neuzeit wusste man dann schon, okay, da gibt es so einfach Sterne, die halt auftauchen, die über Wochen, Monate oder sogar länger als ein Jahr zu sehen sind und dann wieder verschwinden. Also der Ficksternhimmel ist nicht unveränderlich. Heute gibt es natürlich immer noch solche Erscheinungen, nicht so hell wie die beiden, die Brahe bzw. Kepler beschrieben haben, aber zum Beispiel vor doch jetzt mittlerweile, muss man nachrechnen, 47 Jahren ist also im Sternbild Schwan eine Nova aufgetaucht, die Nova Zygny im Jahr 1975, an die ich mich noch als sehr, sehr junger Sterngucker erinnern kann und die mich also damals stark beeindruckt hat. Da habe ich das also selbst einmal gesehen, ich konnte also damals schon die Sternbilder ein bisschen auswendig und habe also da hinaufgeschaut und habe da auch ein Sterntal gesehen, ganz in der Nähe vom Schwanzstern Dänep im Schwan und dieser Stern, der war fast so hell wie der Dänep und nachdem er sich nicht bewegt hat, war ich so ganz aufgeregt und was ist das? Dann habe ich also angerufen im Planetarium der Stadt Wien beim Professor Mucke und der hat mir so erklärt, ja, das ist also eine Nova. Und diese Nova ist aber relativ rasch, also innerhalb von wenigen Wochen so schwach geworden, dass man sie mit freiem Auge nicht mehr sehen kann. Also das ist ein wesentlich schnelleres Ereignis gewesen. Und voriges Jahr zum Beispiel konnten wir auch wieder eine Nova mit freiem Auge sehen, die also nicht ganz so hell war, aber sie war doch, wenn man wusste, wo sie ist, also sie ist hier auf dem Bild eingeringelt. Wenn man wusste, wo sie ist, war sie durchaus eindeutig sichtbar. Es ist sogar eine besondere Nova gewesen. Diese Nova, die sieht man also alle 15 Jahre im Durchschnitt. Also es gibt durchaus auch solche neuen Sterne, die wiederholt zu sehen sind. In dem Fall allerdings ohne irgendeine Periode, also das kann einmal zehn Jahre dauern, einmal 15, einmal 20, bis also diese Nova wieder aufleuchtet und dann einige Tage, beziehungsweise wenige Wochen im Fernrohr dann zu sehen ist. Was sind denn solche Nova, beziehungsweise Supernovae? Man unterscheidet also diese Nova oder Supernova Bezeichnungen erst seit knapp 100 Jahren. Es sind also unterschiedliche physikalische Prozesse dahinter. bei einer Nova, die also weiß man heute, dass das also ein Helligkeitsausbruch, eine thermonukleare Explosion auf der Oberfläche eines weißen Zwergsterns, eines ganz kleinen, einer ganz kleinen Sternleiche stattfindet. Und der hat also von einem sehr nahen Begleiter, einem mehr oder weniger normalen Stern, Materie aufgesammelt. Ja und eigentlich überstehen die beiden Sterne diesen Nova-Ausbruch, der kann sich also auch wiederholen. Und wenn das also häufig passiert, spricht man eben von wiederkehrenden Nova, wobei häufig heißt halt öfter als einmal in 100 Jahren. Eine Supernova hingegen, die ist also so hell, dass sie also auch in fernen Galaxien unter Umständen mit freiem Auge sichtbar wird. So ist das einmal in der Magellanschen Wolke passiert, auch vor einigen Jahrzehnten und die konnte man also mit freiem Auge auch sehen. Dort passiert allerdings etwas viel Katastrophaleres, der Vorläuferstern wird dabei so vollkommen zerstört oder kollabiert zu einem ganz merkwürdigen, sehr dichten Objekt, einem Neutronenstern. Das wäre halt so eine der ersten Sternklassen, die man also als veränderliche Sterne zunächst einmal entdeckt hat. Es ist allerdings dann relativ rasch auch weitere veränderliche Sterne gefunden worden. Ein ganz wunderbarer ist im Sternbild des Walfischs, Zetus, zu finden und der wurde also ebenfalls im 16. Jahrhundert als Nova gefunden. Also da konnte man diesen Stern mit freiem Auge gut sehen. Das ist hier auf einigen Fotos halt auch angedeutet, die also im Abstand von etlichen Wochen gemacht wurden und wo man also sehen kann, naja, da ändert sich in der Helligkeit ganz schön etwas. Wenige Jahrzehnte später ist man so draufgekommen, naja, der Stern, das ist eine ganz besondere, ein ganz besonderes Objekt, der kommt eigentlich ziemlich regelmäßig alle elf Monate wieder. Also er hat alle elf Monate die größte Helligkeit, wird dann langsam wieder schwächer und verschwindet für das freie Auge. Im Fernrohr kann man ihn noch sehen und ja, nach knapp elf Monaten taucht er dann wieder für das freie Auge auf und wird wieder heller. Wo ist dieser Stern Mira, Mira Zeti? hier an diesem Halsband des Ungeheuers, des Zetus, der in der Andromeda-Sage ja eine sehr, sehr große Rolle spielt. Jetzt gibt es natürlich mittlerweile viele solcher Sterne, die man gefunden hat und die man allgemein als Mira-Sterne bezeichnet. Zwei davon sind eben mit freiem Auge ganz gut immer wieder zu sehen, wenn sie besonders hell sind. Einer davon ist also die Mira selbst, Omikron Zeti und der zweite ist also im Hals des Schwans, Chi, im Schwan, also Chi-Zygni und die haben alle also so Perioden, bei Mira ist es ein bisschen weniger als ein Jahr, bei Chi-Zygni ist es ein bisschen mehr als ein Jahr und die Helligkeit schwankt also enorm. Das heißt, beide sind mit freiem Auge im Helligkeitsmaximum zu sehen und im Helligkeitsminimum ist mit freiem Auge gar nichts zu machen, da braucht man einen Fernraum zu sehen und die zu sehen und das sind also sehr, sehr auffällige veränderliche Sterne, die also ihre Helligkeit da so stark verändern. Man weiß heute, es sind rote Riesensterne, die pulsieren, also die größer und kleiner werden. Sie sind etwa so, wie die Sonne halt sein wird am Ende ihres Sternenlebens oder etwas massereicher und sind also enorm aufgebläht, deshalb sagt man eben auch Riesenstern. Sie sind auch relativ kühl, deshalb erscheinen sie mit einer etwas rötlichen Farbe. Hier ist dann auch etwas aufgezeichnet schon, was man bei veränderlichen Sternen sehr, sehr einfach oder gerne macht, das ist eine Lichtkurve. Also hier ist eine Zeitskala unten aufgetragen und links sind dann Helligkeiten aufgetragen und das sieht man also eigentlich recht gut. Jedes Pünktchen ist eine Helligkeitsschätzung von einem Amateurastronomen oder einer Amateurastronomin und ja, jede dieser Beobachtungen ergibt halt eine Helligkeit. Natürlich muss man sich auch Datum und Uhrzeit aufschreiben und dann trägt man das auf und sieht also, wie der Stern da schwankt. Man sieht auch, dass das nicht immer ganz gleichförmig ist, also die sind jetzt nicht regelmäßig wie ein Uhrwerk, diese Mira-Sterne, sondern da geht es einmal ein bisschen höher hinauf in der Helligkeit, also im Maximum wird es heller oder ein bisschen weniger hell, dann bleibt er manchmal ein bisschen stehen, also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Ganz anders dagegen sind bedeckungsveränderliche und da gibt es also auch einen ganz berühmten, den Algol. Er ist hier ein bisschen aufgezeichnet auf diesen rechten beiden Fotos, am oberen etwas blau eingezeichneten Bild ist also der Algol hier rechts oben und unten am etwas violett eingefärbten Bild ist er hier im Lichtminimum und nachdem dieser Algol schon im arabischen Mittelalter als Teufelstern bezeichnet wurde, ist also die Vermutung schon naheliegend, dass hier vielleicht die Lichtveränderungen auch schon damals bekannt waren. Heute weiß man, der Stern ist normalerweise recht hell, sehr gut mit freiem Auge zu sehen. Es gibt alle knapp drei Tage regelmäßige Verfinsterungen, also dann nur ein Drittel so hell wie im Helligkeitsmaximum und diese Verfinsterung dauert also insgesamt neun Stunden, also es geht viereinhalb Stunden nach unten, viereinhalb Stunden wieder hinauf heute weiß man, Algol oder andere bedeckungsveränderliche Sterne sind also auch ein sehr sehr enges Doppelsternsystem, wo man die beiden Sterne nicht im Fernrohr trennen kann, wo halt ein Stern den anderen, also der etwas Schwächere, den helleren zudeckt, ein bisschen was schaut hier noch heraus und dann gibt es also hier so ein Hauptminimum und natürlich auch wenn der hellere den Schwächeren zudeckt, ist ein kleiner Lichtverlust, aber der ist halt nicht sehr gut zu bemerken. Also auch solche bedeckungsveränderlichen Sterne gehören zum Zoo der Veränderlichen dazu. Ja und last but least, ein Stern, der auch mit freiem Auge sehr gut zu sehen ist und der ganz berühmt geworden ist, ist also der Stern Delta im Sternbild des Kepheus Delta Cephe, nachdem eine ganze Klasse von Veränderlichen bekannt, benannt wurde und das ist auch ein pulsierender Stern, der ziemlich regelmäßig seine Helligkeit verändert, eine relativ kurze Periode hat, also eine knappe Woche und wo der Lichtwechsel auch mit freiem Auge eigentlich ganz gut zu sehen ist. Also das ist doch ein Faktor 2 in der Helligkeit und wenn man den ganz genau aufpasst und mit daneben liegenden Vergleichssternen sich vergleicht, dann bemerkt man diesen Lichtwechsel sehr gut. Warum die Cepheiden und Delta Cephe damit so berühmt geworden sind, ist also auch durch eine Entdeckung der Astronomin Henrietta Swan-Livitt vor etwas mehr als 100 Jahren geworden. Sie hat nämlich einfach festgestellt, dass je länger die Periode so eines Delta Cephe Sterns ist, umso absolut heller, also so in Wirklichkeit heller ist er. Und je kürzer die Periode ist, umso schwächer ist er in Wirklichkeit. Und wenn man jetzt sozusagen die Periode, die man ja doch relativ leicht messen kann, indem man halt ein paar Tage hinschaut und zuschaut, wie der Stern seine Helligkeit verändert, wenn man die messen kann, und die scheinbare Helligkeit ja auch hat, dann kann man eben die Entfernungen zu diesen Delta Cephe Sternen bestimmen. Und das ist also eine der Möglichkeiten, um Entfernungen zu anderen Galaxien zu finden. Also ein ganz wichtiger Punkt auf der Entfernungsleiter. Gut. veränderliche Sterne gibt sehr viele. Ein paar wesentliche habe ich jetzt einmal vorgestellt, also dass es eben pulsierende veränderliche gibt, so wie die Delta Cephe Sterne, die Mira Sterne, dass es bedeckungsveränderliche Sterne wie den Algol gibt. Dann gibt es noch ganz besondere Exemplare, die zum Beispiel einen Sternfleck haben und sich drehen. Der Sternfleck ist also sehr groß und damit wechselt die Helligkeit ein bisschen. Dann wissen wir, es gibt diese Nove und Supernove, die also auch als kataklysmische veränderliche bezeichnet werden, weil es also doch ziemlich katastrophale Ereignisse sind. Und jede Menge andere auch noch, also es gibt so einen richtigen Zoo von Veränderlichen. Es sind also auch viele, viele Millionen solcher Sterne bereits katalogisiert und wenn man natürlich die Helligkeit ganz genau messen kann, also mit entsprechenden maschinellen Methoden, dann sind ja praktisch alle Sterne in gewisser Weise veränderlich. Denn unsere Sonne, die eigentlich sehr konstant scheint, hat ja auch Sonnenflecken und dreht sich. Also ein kleines bisschen ändert sich ihre Helligkeit doch. Veränderliche Sterne sind also für die Astronomen und Astrophysiker ganz besondere Forschungsobjekte, die liefern auch wesentliche Einsichten und Erkenntnisse über Hochenergie Umgebungen, die man im Labor sonst gar nicht nachbauen kann. Sie sind wichtig für die Entfernungsbestimmung, die Zephyden, dann zum Beispiel durch den Umlauf der Bedeckungsveränderlichen kann man letztlich Sternmassen und Sterndurchmesser auch bestimmen. Es ist ja sonst nicht ganz so leicht, einen Stern zu wiegen. In einem Doppelsternsystem gelingt es und sein Bedeckungsveränderlicher, der also vielleicht nur ein paar Tage Periode hat, so wie der Alkohol, dort gelingt es also dann ganz besonders gut. Also veränderliche Sterne sind für die Astronomie durchaus wesentliche Dinge. Ja, und das war also so ein ganz kurzer Überblick über die Veränderlichen. Jetzt ist natürlich die große Frage, ich bin ja eigentlich kein Astronom, also kein bezahlter Astronom, sondern ein Amateurastronom, ein Liebhaberastronom und interessanterweise die veränderlichen Sterne, die wurden also schon vor fast 200 Jahren als Möglichkeit benutzt, dass Liebhaber der Sternenkunde, also Freunde der Astronomie, selbst etwas beitragen können zur Erforschung. Heute gibt es dieses schöne Wort Citizen Science, also Bürgerwissenschaft, aber angefangen hat das Ganze vor knapp 200 Jahren mit einem Aufruf von einem Bonner Astronomen, Friedrich Wilhelm Agelander, damals waren nur 18 solcher veränderlichen Sterne bekannt und der hat einen Aufruf geschrieben, sie mögen doch beobachtet werden, um etwas über diese Sterne herauszufinden und das wurde tatsächlich auch gemacht von sehr sehr vielen Sternfreunden und man hat also dann auch festgestellt, naja, einer allein ist natürlich ein bisschen schwierig, das Ganze durchzuführen, na klar, jetzt ist es einmal zwei Wochen bewölkt, dann kann man also diese einen Stern, den man sich hier anschaut, nicht sehen, außerdem wurden immer mehr solcher veränderlichen entdeckt, also das ist natürlich viel zu viel für einen einzigen Beobachter und deshalb hat es dann schon sehr sehr bald Vereinigungen gegeben, die gegründet wurden, einige davon habe ich hier aufgeschrieben, die haben also auch eine entsprechende Webseite, hier in Deutschland ist es am Wesentlichen die BAV, die also auch schon seit über 70 Jahren besteht, als Arbeitsgemeinschaft für veränderliche Sterne und die sehr viele Beobachter hat und auch weitere Astronomen, die sich mit den veränderlichen Sternen hier sehr gerne befassen. Ja, und mir macht es auch jetzt seit sehr vielen Jahrzehnten Spaß, es ist einfach eine Liebhaberei natürlich und es macht aber auch einen gewissen Sinn auch die Helligkeit solcher veränderlichen zu beobachten, warum? Sterne entwickeln sich ja und es bleibt ja nicht immer gleich, also beispielsweise jeder hat vielleicht schon einmal gelesen oder gehört, ja die Sonne, die wird auch einmal ihren Kernbrennstoff im Inneren aufbrauchen, wird ein roter Riese werden und also da ändert sich etwas. Das geht natürlich über extrem lange Zeit Räume und es gibt aber natürlich jetzt über manche dieser Sterne schon Beobachtungsreihen über mehr als 100 Jahre und bei manchen Sternen hat man da durchaus schon Veränderungen festgestellt, also zum Beispiel dass die Periode sich ändert, dass der also nicht mehr ganz so hell oder noch heller wird oder solche Veränderungen und das ist durchaus mit visuellen Messungen oder Schätzungen von Amateurastronomen herausgefunden worden und sehr viele solche besonderen Sterne gibt es halt und es gibt einfach nicht genug Astronomen die sozusagen da die ganze Zeit hinschauen und das ist natürlich jetzt eine gute Sache die man auch als Sterngucker oder Amateurastronom machen kann und seit etlichen Jahren mittlerweile gibt es auch relativ günstige Kameras mit denen halt auch eine für manche Zwecke benötigte höhere Messgenauigkeit möglich ist es gibt natürlich jede Menge weitere Möglichkeiten sind hier einige nur so angedeutet aber ich möchte einfach einmal die Helligkeitsbeobachtung in den Vordergrund drücken ganz einfach es sind einfache Hilfsmittel im einfachsten Fall braucht man gar nichts nur seine eigenen Augen und im anderen eine relativ kostengünstig erwerbbare Digitalkamera also das muss jetzt nichts besonders teures sein und damit kann man also veränderliche Sterne schon sehr sehr gut beobachten und ein bisschen zur Astronomie halt auch beitragen ein Beispiel für so eine Beobachtungsreihe ist hier beispielsweise die Lichtkurve von Mira von Omikron Zeti über 100 Jahre von den britischen Amateurastronomen und da sieht man halt okay das ändert sich über die Zeit aber natürlich gibt es auch Konstante in dieser Lichtkurve die man analysieren kann also das wäre sozusagen eine Aufgabe die man sich stellen könnte man trägt halt einfach hierbei zur Fortsetzung dieser Lichtkurve die es zum Teil schon seit dem 19. Jahrhundert gibt ein bisschen ein anderes Beispiel ist hier gezeigt vor zwei Jahren war ja die Peter Goitze der linke helle Schulterstern im Sternbild des Orion in den Schlagzeilen also selbst in der Boulevard Presse und diese Peter Goitze wurde natürlich auch von den Astronomen beobachtet hier ist ein Beispiel gezeigt wo es an der europäischen Südsternwarte mit dem großen Teleskop mit dem Very Large Telescope Aufnahmen der Peter Goitze gemacht wurden die ist zwar so circa 500 Lichthöre von uns entfernt grob aber so groß also ein aufgeblähter roter Überriese dass man also schon ein bisschen etwas von diesem Oberfläche des Sterns abbilden kann und da sieht man halt dass so den Jahreswechsel 2019 2020 da ein Teil der Peter Goitze deutlich dunkler war also entweder war dort ein riesiger Sternfleck oder eine Staubwolke oder beides so genau ist das noch nicht heraus aber jedenfalls war die Peter Goitze mit freiem Auge deutlich schwächer zu sehen als normalerweise und diese Beobachtungen sind also hier aufgezeichnet auf der Lichtkurve da oben mit diesen blauen Strichen also das sind die Termine wo die Astronomen am VLD beobachten konnten und die grünen Punkte die da zu sehen sind das sind jetzt Helligkeitsmessungen von Amateurastronomen zu einem guten Teil von mir weil ich mir einfach aus Spaß weil mich die Peter Goitze halt schon seit vielen Jahren interessiert einfach Helligkeitsmessungen gemacht habe mit der Digitalkamera in diesem Fall und das ist gar nicht so einfach weil die Peter Goitze so hell ist also mit einem riesengroßen Fernrohr ist die gar nicht beobachtbar sondern das ist so ein typisches Objekt das also für einen Amateurastronomen gemacht ist wo es besonders gut geht und da habe ich mich natürlich sehr gefreut dass da ein italienischer Astronom mit dem ich da zusammengearbeitet habe ganz begeistert war von dieser Helligkeitsabschwächung und hat gesagt dieses V das ist für Vollmann aber habe ich natürlich ein bisschen übertrieben gefunden aber es waren natürlich auch andere Beobachter daran beteiligt ja und wie macht man das jetzt ganz ohne Digitalkamera naja die Grundidee bei der ganzen Geschichte ist ziemlich einfach man vergleicht einen veränderlichen Stern mit dem kleinen Kärtchen das hier aufgezeichnet ist ist der mit so Strichen hier markiert und man vergleicht ihn einfach mit Sternen bekannter Helligkeit die rundherum stehen und diese Zahlen die da dabei stehen das sind einfach die Helligkeit in Größenklassen also 5,1 heißt also so viel wie 5,1 Größenklassen die Sterne sind ja in ihrer Helligkeit eingeteilt die allerhellsten haben die erste Größe dann etwas weniger hellen die zweite die die man mit freiem Auge gerade noch sieht sind fünfte beziehungsweise sechste Größe ja und noch schwächer braucht es also dann ein Ferngas oder ein Fernrohr und in dem kleinen Beispiel hier ist es aufgezeichnet dass dieser veränderliche naja der ist ja ganz eindeutig schwächer als der Stern 5,1 er ist vielleicht auch ein bisschen schwächer wenn man jetzt den Durchmesser des Sternbildchens da so nehmen möchte als der mit 6,1 er ist aber wahrscheinlich heller als der ein bisschen näher an dem dran also irgendwo zwischen 6,1 und 6,4 muss er sein ein bisschen näher am 6,1 also hat er 6,2 Größenklassen naja je weiter die Sterne in ihrer Helligkeit auseinander liegen umso schwieriger ist das Ganze also ein bisschen Übung benötigt man für die ganze Sache aber die Übung die kommt schon nach ein paar Stunden und es gibt auch sehr sehr gute Anleitungen dazu und auch bei der PAV sind alle gern immer bereit auch einem Beobachter zu helfen das einmal auszuprobieren ich habe also einen Ausdruck eines Beobachtungshandbuchs von der AIVSO hier gegeben also die ist auch übersetzt worden dieses Handbuch und das kann man hier ganz gut verwenden ja im Detail sieht man das halt hier aber da möchte ich jetzt nicht allzu genau drauf eingehen aber man sieht ganz einfach es geht immer um den Vergleich mit Sternen bekannter Helligkeit einer Heller und einer Schecher es gibt noch ein zweites Verfahren für visuelle Helligkeitsbeobachtung das ich hier einfach erwähnen möchte das funktioniert auch wenn man die Vergleichstern Helligkeiten nicht kennt es ist sogar unter Umständen ein bisschen genauer als diese einfache Interpolationsmethode das ist die Stufenschätzmethode nach Aguilanda also der diesen Aufruf an die Freunde der Astronomie gemacht hat ja und auf dieser Webseite die ich hier präsentiere gibt es also da eine ganz gute Übung da kann man das auch selber einmal ausprobieren das wäre also die visuelle Beobachtung und es ist viel einfacher am Himmel als hier beispielsweise auf dem Computer Bildschirm wo also sozusagen ich habe mich hier bemüht zwei Aufnahmen von Alkohol also der hier beziehungsweise hier zu sehen ist einmal nebeneinander zu stellen aber es ist einfach am Himmel leichter als auf einem flachen Computer Bildschirm solche Helligkeiten zu schätzen ja man erhält dann beispielsweise für Alkohol so eine Lichtkurve die ich einmal vor einigen Jahren beobachtet habe also eine Verfinsterung des Bedeckungsveränderlichen ja wer es nicht mit freiem Auge probieren möchte kann das natürlich auch mit dem Fernrohr tun das muss kein tolles teures computergesteuertes Fernrohr sein einfach sind so sogenannte Dobson Fernrohre also die sehr einfach gebaut sind bei dem rechten mit dem habe ich jetzt auch sehr viel beobachtet ist also mein ältester Sohn zu sehen als er noch klein war also da ist er noch nicht ganz hinaufgekommen bei mir ist es gerade noch ohne Leiter ausgegangen um da hineinzuschauen auf dem oberen Ende Gut wenn jetzt für manche Aufgaben die Genauigkeit solcher visuellen Helligkeits Messungen nicht ausreicht für manche Sachen reicht sie vollkommen dann kann man eben auch mit einer ganz normalen Digitalkamera Helligkeiten messen und das mache ich eben auch Man kann natürlich seine Digitalkamera auch hinter ein Fernrohr geben es gibt auch viele Leute die das machen aber ich mache für die hellen Sterne es ganz einfach die Kamera wird einfach auf ein Fotostativ gesetzt mit einem ganz normalen Objektiv das muss also keine tolle Kamera sein weil so Dinge wie Autofokus und was weiß ich was alles das braucht man hier nicht wenn man stellt ja eher ein bisschen scharf oder wir werden sehen auch ein wenig unscharf das einzige ist dass man Zeitbelichtungen machen kann von 10 Sekunden in dieser Größenordnung dass man eine entsprechende ein entsprechendes Objektiv hat und funktionieren tut das Ganze einfach in einer ganz handelsüblichen Digitalkamera so da gibt es einen lichtempfindlichen Chip und die Linse macht natürlich darauf ein Bild und dieser Chip ist heutzutage ein sogenannter CMOS Chip und auf jedem Pixel also auf jedem Bildelement ist ein kleiner Filter aufgebracht ein roter ein grüner und ein blauer denn solche Digitalkameras sind per se einfach Schwarz-Weiß Kameras also ohne diese Farbfilter könnten wir damit keine Farbfotos machen und jetzt ist das halt so oft bei so einer Digitalkamera man bei den Digitalkameras hat man so eine Struktur dass man also die grünen Pixel von denen es doppelt so viele gibt wie die roten und die blauen in so einem Muster hier anordnet und dazwischen gibt es also immer rote beziehungsweise blaue blauempfindliche Pixel das heißt wenn man per Computerprogramm diese Pixel dann herausholt aus so einem Rohbild dann gibt es da natürlich jetzt immer da so Löcher da drinnen das heißt wenn man zu genau scharf stellt bei der ganzen Geschichte so dass zum Beispiel das Sternlicht nur auf ein einziges Bildelement auf ein einziges Pixel fällt dann kann es passieren dass man den Stern gar nicht drauf hat das heißt man muss mit dem Sternlicht mehrere Pixel treffen um das es auch tatsächlich gut messen zu können denn in Wirklichkeit sind also die nicht so schön bunt diese Rohbilder sondern ja das wäre sozusagen das tatsächliche Rohbild und wenn man alle Bildelemente aus dem Grünkanal herauszieht sieht es halt so aus also so ein bisschen ein raster förmiges Bild und das sieht man schon also ein Sternbildchen soll hier kein Punkt sein sondern sich über gewisse Fläche also so 10-20 Pixel halt auch erstrecken damit man halt auch alle Pixel halt auch treffen kann warum ist das auch wichtig bei manchen Helligkeits Messungen ist es auch sehr sehr interessant zum Beispiel die Helligkeit nur im Grünen oder nur im Blauen oder nur im Roten zu messen weil sich da eben die Sterne durch ihre unterschiedliche Spektrum und ihre unterschiedliche Temperatur unterschiedlich hell sind ja und da sind diese eingebauten Farbfilter natürlich nützlich und das ist auch der Grund warum man jetzt ganz einfach unscharf stellt also hier ist so ein Bild das ich gemacht habe von der Peter Geuze das ist also dieser etwas gelbe bis orange Stern links oben im Sternbild des Orion der linke Schulterstern den Gürtel vermutlich auch hier unten die drei Sterne in einer Reihe ja und Peter Geuze ist also normalerweise heller als dieser Stern rechts an der Schulter Bellatrix und zu ihrem großen Minimum da vor zwei Jahren war sie also etwa gleich schwach wie der man sieht schon die Farbe stört hier ein bisschen bei dem Helligkeits Vergleich aber für die Kamera ist das also kein Problem weil Peter Geuze also tatsächlich ein roter Überriese ist ja und wie macht man das dann tatsächlich naja mit Software mit Computer Programmen es gibt eine Reihe von Computer Programmen die kostenlos sind also da muss man sich sehr herzlich bei den Autoren bedanken dass die das möglich machen man misst also die Helligkeit des Sterns indem man mit der Software das Sternbildchen das hier auch etwas unscharf eingestellt ist auf dem Foto hernimmt und rundherum noch zwei Kreise um den Himmelshintergrund dahinter der auch ein bisschen aufgehellt ist in meinem Fall ich wohne am Stadtrand von Wien natürlich auch die Hintergrundhelligkeit des Stadtrandhimmels aber es ist selbst auf dem höchsten Berg eine gewisse Hintergrundhelligkeit immer vorhanden und letztlich jedes Pixel jedes Bildelement der Kamera kann man sagen zählt die Lichtteilchen die Photonen die auftreffen die also sozusagen Elektronen da drinnen eine Ladung auslösen auf dem Pixel und je mehr Lichtteilchen eintreffen umso mehr Elektronen hat es und damit kann ich die Helligkeit so eines Sterns ganz einfach durch aufsummieren der entsprechenden Ladungen aller Pixel bestimmen und das geht mit der Software ganz einfach vollautomatisch natürlich gibt es dann auch Vergleichsterne das sind also die mit dem C hier wenn man mehr als einen Vergleichstern nimmt dann hat man die Gewissheit oder eine bessere Sicherheit dass da nicht einer auch veränderlich ist so sieht das Ganze dann aus einfach indem man so eine Messblende hier drüber gibt man muss halt schauen dass diese Messblende groß genug ist dass man den Himmel da ein bisschen gut hinein bekommt sodass da nicht ein anderer Stern da drinnen liegt also ein paar so Sachen muss man natürlich beachten aber das ist ganz klar man darf auch nicht überbelichten also so wie hier denn diese Pixel haben eine begrenzte Aufnahmefähigkeit für Ladungen also für Elektronen also wenn man da zu lange belichtet bei einem zu hellen Stern dann misst man Mist um das so mal zu sagen ganz einfach weil natürlich ab einem gewissen Punkt so ein Pixel keine Ladung mehr aufnehmen kann wenn man allerdings zu wenig belichtet so wie bei dem untersten Bild passiert also nichts jetzt dass also da abgeschnitten wird sondern es wird halt einfach ungenauer in der Helligkeitsmessung das ist dann natürlich auch nicht das was man haben möchte ja und zu guter Letzt habe ich dann noch ein Bild das vielleicht zur Jahreszeit passt auch hier hereingenommen wo auch der Jäger Orion zu sehen ist und etliche der veränderlichen Sterne die man so als Sterngucker gut beobachten kann zum Beispiel eben die Peter Gäuze links oben im Schulter Stern des Orion dann gibt es den Aldebaran im Stier einen weiteren Pleione in den Pleiaden Lambda im Stier einen bedeckungsveränderlichen Mintaka auch ein bedeckungsveränderlicher Äther Orion ist auch einer also es gibt selbst unter den hellen Sternen die man mit freiem Auge gut sehen kann jede Menge Beobachtungsobjekte die so wirklich Spaß machen sich anzuschauen und auch ein paar Messungen damit zu machen ja und man kann ein bisschen sogar süchtig werden wie ein ganz berühmter Amateurstronom Leslie Pelletier auch einmal gesagt hat also es ist eine sehr sehr schöne Beschäftigung für klare Nächte und er warnt halt nur davor das zu ausführlich zu betreiben denn sonst kommt man nicht mehr davon los und ich glaube das ist bei mir jetzt auch schon passiert ja das wäre das die Motivation das zu tun und damit möchte ich mich verabschieden damit möchte ich mich auch bedanken bei bei der bei Ihnen dass Sie da zugehört haben ja jetzt gibt es ein paar Fragen die ich hier sehe wissen wir wie Hippach die Sternörter angegeben hat nur relativ zu anderen Sternen oder sogar ähnlich wie heutige Angaben naja er hat also schon ekliptikale längeren und breiten beziehungsweise also er hat längeren und breiten Angaben gemessen natürlich ist es eine Relativmessung auch gewesen aber es ist eigentlich ähnlich wie es heute ist und Hippach hat das so gut gekonnt dass damit auch sogar die Präzision der Erdachse entdeckt wurde dann gibt es eine Frage was ist jetzt eigentlich die naheliegendste Erklärung für die unregelmäßige Periodizität von Tebis Stern also da muss ich jetzt passen ich habe zwar von diesem Stern gehört aber eine Erklärung dafür kann ich nicht geben ok dann eine Frage wie bedingt die Temperatur eines Sterns seine überwiegende Lichtfarbe naja wenn man ein einen Eisenstück erhitzt na ob so 1000 Grad wird so dunkelrot glühend mit 2000 Grad ist es dann schon ziemlich weiß glühend bis dann heute immer immer heller wird und ganz ähnlich ist das bei Sternen also je höher die Temperatur umso mehr strahlt ein Stern im blauen Spektralbereich und je niedriger die Temperatur ist umso mehr strahlt er im roten Spektral Bereich und damit hat man auch eine Farbe wenn Sie bereits seit Jahrzehnten veränderliche beobachten dann haben Sie doch sicher auch das ein oder andere Highlight naja jede Menge würde ich sagen also Peter Geuze ist sicher eins meiner Lieblings Sterne aber ich würde einmal sagen da einen herein zu nehmen das es ist einfach zu viel also es gibt so viele interessante und einige dutzend davon verfolge ich halt ok dann eine Frage wie kommt man am einfachsten vom Foto mit Digitalkamera zu einer Helligkeit in Mark in Größen Klassen Naja auch wiederum indem man einen Vergleich Stern mit misst also zum Beispiel misst man den veränderlichen mithilfe eines Software Programms das Software Programm summiert die Helligkeit der einzelnen Pixel für den Stern auf und liefert dann eine sogenannte instrumentelle Helligkeit die einfach nach irgendeiner Skala halt ist und da macht man dasselbe für einen Vergleich Stern bekannter Helligkeit und dann macht die Software dasselbe und die hat dann eine zweite instrumentelle Helligkeit und die Differenz des Ganzen wird dann ausgegeben vom Computerprogramm und das ist dann sehr einfach Helligkeit des Vergleichssterns plus Differenz ist die Helligkeit des Veränderlichen eine Frage müssen sie für ihre messungen aus der Licht verschmutzung der Städte heraus nein muss ich nicht also das meiste mache ich auf meinem Balkon auf meiner Terrasse zu Hause die hat den enormen Vorteil ich habe nicht weit ins Bett es ist da gleich dahinter und ich habe sehr oft Gelegenheit auf diese Art zu beobachten aber natürlich ist es viel schöner den Sternenhimmel weit ab von der Stadt sich anzuschauen aber für Helligkeitsmessungen ist es eigentlich genauso gut am Stadtrand man muss halt natürlich sozusagen aufpassen es gibt halt im bewohnten Gebiet was weiß ich der Nachbar heizt gut ein und man sieht das halt dann auch durch eine Wolke aber Kontenstreifen beispielsweise die auch ein bisschen stören bei der ganzen Geschichte gibt es am Land genauso also auf einem Bergstern warte okay dann eine Frage leidet nicht der vergleich der visuellen Helligkeitsschätzung durch die zunehmende Lichtverschmutzung an sich nicht es ist halt so man sieht schwächere Sterne nicht mehr mit freiem Auge mit dem Fernrohr kann man sie ein bisschen sich leichter machen weil man ein wenig vergrößern kann da wird also der Himmel erscheint dunkler und die Lichtverschmutzung selber hat eigentlich wenig bis gar keinen schlechten Einfluss das das ist einer der Vorteile also man kann eben auch visuelle Helligkeitsschätzungen durchaus auch am Stadtrand betreiben dann eine Frage haben sie eigentlich eine Lieblingsobjekt Klasse oder fotografieren sie bei klar im Himmel einfach eine Liste von Standard veränderlichen naja Objekt Klasse also am liebsten natürlich sind mir die Nove die neuen Sterne hinter denen ich ganz gerne Herr bin aber es gibt auch ein paar andere die ich spannend finde zum Beispiel den Alkohol mit seinen Bedeckungen mit seinen Verfinsterungen und manchmal entdecke ich für mich einen neuen veränderlichen also der natürlich schon bekannt ist aber den ich halt gerade spannend finde und dann beobachte ich ihn Nächste Frage haben sie auch einmal veränderliche Blasare beobachtet ja habe ich also das sind Blasare sind ja enorm leuchtkräftige Kerne von fernen Galaxien man nimmt heute an dass es gibt ein sehr großes und sehr massereiches schwarzes Loch da drinnen in das was rein fällt und dabei leuchten diese Gasmasken auf und damit gibt es auch Änderungen in der Helligkeit bei Blasaren ist es allerdings so man in ferne Galaxien das heißt man braucht schon ein ziemlich großes Fernrohr um da etliche davon auch zu sehen aber gibt es auch in Deutschland den Klaus Wenzel der das ganz besonders gerne macht aber ich habe es auch schon mal probiert dann die Frage wenn man seine Astrofotos deckt sind sie dann für Helligkeitsmessungen unbrauchbar nein im Gegenteil man darf sie nur nicht bearbeiten das heißt um wirklich Fotos für Helligkeitsmessungen zu nutzen braucht man auf der einen Seite natürlich Rohbilder man soll einen Dunkelbild Abzug machen man sollte eine Hellfeld also eine Flatfield Korrektur machen um also die Bildfehler der Optik beziehungsweise der Kamera herauszurechnen aber ansonsten ist das Decken wunderbar man darf nur keine nicht linearen Operationen drauf verwenden also zum Beispiel die meisten Kameras können Fotos auch als sogenanntes JPEG speichern also nicht als Rohbild sondern als fotografische komprimiertes Bild ein JPEG und das ist ein nicht lineares Bild und da wird es mit den Helligkeits Messungen dann schon ziemlich ungenau es klappt immer noch bis zu einem gewissen Grad aber es ist man sollte einfach mit Rohbildern arbeiten ok dann wie schätzen sie die Gefahr durch die immer mehr gestarteten Starlink Satelliten SpaceX und so weiter für die Astronomie ein es sollen ja weit mehr als 10.000 Satelliten gestartet werden naja ein bisschen habe ich mich auch schon über die Dinger geärgert wenn ich da einen veränderlichen fotografiere dann ist es mir schon häufig passiert ich mache immer so ganze Fotoreihen also meistens 10 Bilder oder 20 auf einmal hintereinander dass da halt jede Menge Satelliten durchfliegen und es sind also schon deutlich mehr geworden seit es also diese Dinger gibt ist nicht unbedingt angenehm andererseits Flugzeuge gibt es auch die da durchfliegen durchs Bildfeld und die also auch so das eine oder andere Foto von mir schon verdorben haben dann die Frage warum wird bei der Beobachtung von veränderlich in das julianische Datum verwendet ja das ist einfach eine fortlaufende Tageszählung wenn man so wissen will wie alt bin ich heute in Tagen oder wann war das letzte wie lange ist das letzte Maximum der Mira her dann hilft mir das Kalender Datum nicht allzu viel wenn da so einen Datumsrechner damit zu bauen ist schwierig julianisches Datum ist ganz einfach jeder Tag hat eine Nummer und der Tag heute in 100 Tagen ist dann sehr leicht zu rechnen man braucht natürlich immer eine Konvertier Möglichkeit zwischen Kalender Datum und dieser fortlaufenden Tageszählung also julianisches Datum ist einfach eine praktische Tageszählung die also nicht mit Monaten und Jahren hantiert sondern nur mit einer Tagesnummer ja dann wie bewahren sie sich die Freude an der Beobachtung von Veränderlichen naja puh manche Leute graben gerne Tonscherben in einer alten Ritterburg aus oder in einem Tempel oder messen die Ausrichtung einer Kapelle mit ihrem Gründungsdatum nach Osten oder sonstige Hobbys ja und bei mir sind halt ist es halt die Astronomie geworden die mich eigentlich schon als Bub fasziniert hat als wirklich kleiner Bub kann ich mich einfach erinnern an so einen Abend mit meiner Mutter damals ja so ein Winterabend wo der Orion zu sehen war ganz kalt war es und das offenbar hat es gewirkt so dass ich immer noch dran hängen geblieben bin und warum gerade die veränderlichen ich finde es einfach spannend wenn sich Dinge am Himmel auch tun und da sind die veränderlichen auch etwas dabei ja keine weiteren Fragen sehe ich hier also ich möchte mich jetzt bedanken und auch hinweisen auf den auf den nächsten Vortrag der schon übermorgen ist wo es um eine enorme Anzahl schwarze Löcher am Nordhimmel gehen wird sehe ich hier also das wird sicher auch eine sehr spannende Sache werden vielen Dank und auf Wiedersehen